Hallo Leute, seid herzlich willkommen zum nächsten Part hier bei Minecraft Galactic Science. So, das letzte Mal gab es ja diese alle Katastrophe, von wegen dass hier ein schwarzes Loch aufgekommen ist. Mir wurde auch gesagt, das wäre eigentlich so eine prima Sache, um eventuell neu zu starten. Dachte ich mir so, na, irgendwie will ich das nicht wirklich. Also, ich will hier doch gerne ein bisschen weitermachen. Deswegen, die Sachen bleiben hier dann schön gecheatet, traurigerweise. Aber dafür werde ich die hier noch ganz normal weitermachen. So, für morgen habe ich auch nochmal schon den nächsten Kandidaten rausgefischt. Mit dem werde ich auch das ein oder andere schöne Ding machen. Zum einen werden wir diesen Syngas-Generator unten optimieren, weil das habe ich direkt von ihm bekommen. Also, äh, rausbekommen. Beziehungsweise, der hat es mir so erklärt. Und der musste doch schon so ein bisschen lachen. Weil das doch von mir katastrophal war, wie ich das da aufgebaut habe. Jedenfalls will er das ein bisschen optimieren. Beziehungsweise, dann wollen wir auch nochmal auf dem Mond eine Basis bauen. Damit hier das ganze Holz, äh, richtig, äh, wie soll ich mal sagen, richtig bepowert wird. Also, immer schön, ähm, ach, wie heißt das? Immer schön genug Nachschlag ist, damit es auch unten immer produziert wird. Plus, dass wir hier immer einen Nachschlag, äh, immer einen Nachschlag haben. Eine Sache noch. Und zwar habe ich mich gefragt, ob es, äh, nicht zufällig so etwas Ähnliches gibt, äh, wie ein Modular, äh, wie ein ME-Storage-System. Also ein ME-System. Tatsächlich gibt es so etwas Ähnliches. Und zwar wäre das Modular-Storage. Funktioniert ähnlich wie das. Nur ist es ein bisschen komplizierter. Okay, komplizierter kann man so jetzt nicht sagen. Wenn man das so ein bisschen drauf hat, dann ist es recht einfach. Aber es hat nicht so die ganzen Kapazitäten wie jetzt dieser ME-System. Aber für meine ganzen Items wird das, denke ich mal, alle mal reichen. Außer das hier. Das wird so komplett bleiben. Weil das würde niemals alles auffangen können. Deswegen, solche Sachen, die wirklich extrem in Massen gehen, die lasse ich schön so. Aber sowas wie, keine Ahnung, Obsidian. Extrem gesagt. Nee. Ah ja, Strings, Bones, sowas ähnlich. Sowas eben. Wo wir nicht so viele von haben und, ja, eben so machen können. Jedenfalls, äh, das wird dann irgendwann mal, äh, später kommen. Ich weiß nicht genau wann. Jedenfalls habe ich für diese Part mal was vorbereitet. Ich habe schon davor ein bisschen gestartet, nur ist leider ein komischer Fehler entstanden. Was ich jetzt nochmal wiederholen muss. Und zwar möchte ich mal einen Dungeon besuchen. Denn der gute Evosti LP hat mir ein Video von ihm empfohlen, wo er auf dem Mond 12 Dungeons zeigt. Wo man ein bisschen was rauslooten kann. Und da will ich jetzt einfach mal hin. Wer mal angucken will. Moment, äh, Evosti LP. Wenn ich das jetzt so richtig geschrieben habe. Schreibt mir aber auch relativ regelmäßig in den Kommentaren. Auf jeden Fall könnt ihr da gerne mal vorbeischauen und dort mal den einen oder anderen Dungeon mal suchen. Und dann, welchen Dungeon ich jetzt besuchen möchte, ist, mit den Koordinaten, Moment, wo ist das? Hier, einmal, äh, das wäre X, 656. Und Z wäre 3, 2, 9. Das sind die zwei Koordinaten. Und da wollen wir jetzt einfach mal hin. Einfach mal, damit endlich mal was Spannendes bei mir passiert. Oh, außerdem, die können wir ja auch mitnehmen. Follow, follow. So, ich nehme die einfach mal alle mit. Und mir fällt da gerade wieder was ein, was ich vergessen habe. Und zwar muss ich ein paar Fackeln mitnehmen. Werde ich dann einfach mal von hier ein paar nehmen. So, dann. Gut, dann werde ich das nächste Mal irgendwann wieder was rausnehmen. Also, ne. Wieder beleuchten, so. Oder? Nee, ich gehe nochmal ganz kurz zur Base. Einmal noch ganz kurz zur Base. Ein paar Pickelchen holen. Oh. So. Fackeln. Da habe ich eine. Hier habe ich keine. Ja, Torch. Ja, doch, passt so. Da ist ein Torch. Das ist nice. Ja, das wird reichen. So, jetzt mal schnell. Aufbrechen. Damit wir hier jetzt nicht so viel Zeit verlieren. So, folgen die mir jetzt noch. Ja, die folgen mir noch. Und blöderweise ist es draußen dunkel. So, follow. So, dafür müssen wir plus, war das jetzt? 600. Dahin. Äh. Ja. Dahin. Da in diese Richtung müssen wir hin. So, auf geht's. So, jetzt. Ach ja, und die Steine habe ich ja auch nochmal mitgenommen, da man diese noch werfen kann. Und ich weiß jetzt nicht, ob die auch noch Schaden machen. Wer wird es nicht, wenn doch? Und ich erwarte Schlimmeres für mich. Also, die drei YouTuber, LP Metcalf, Debitoa und Spark, die waren ja schon in so einen Dungeon. Das Leichte an denen war, die waren ja zu dritt. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt hier alleine bin, aber ich bin jetzt hier alleine. Theoretisch könnte ich auch noch einen Gast dafür mitnehmen. Aber immer am Wochenende zu warten, bis da jemand kommt, muss nicht unbedingt sein. Deswegen mache ich das einfach mal selber. Meine zwei Buckets habe ich hier. Also, da mache ich mir relativ wenig Sorgen. Ups. Und ich habe meine kleine Schleimarmee, die mir wunderbar helfen sollte. Hoffe ich doch. So. Wie man diese Eingänge finden kann, ist recht einfach. Und zwar, irgendwo random auf dem Boden sind solche komische Quadrate. Also, so richtig Löcher. Quadratische Löcher. 3x3. Oder? 3x3? 2x2, glaube ich, war das sogar. Wenn man die einmal sieht, dann weiß man direkt, dass dort ein Dungeon ist. So, es ist nicht mehr weit. Ich will das noch... Ist das sowas? 500. Ne, sieht nicht so aus. Entweder hat er die noch nicht gesehen. Oder es sind keine. Egal, ich gehe aber lieber zu diesen Koordinaten, da ich jetzt so relativ sicher bin, dass da auch welche sind. Und ich bin doch schon doch ein bisschen am überlegen, ob ich nicht diesen Waypoint-Mod installiere. Denn ich denke mal, das wird doch ein bisschen einfacher. Ja, das ist sowas. Jetzt vorsichtig. Einmal kurz nochmal hier. Mal kurz beleuchten. Da scheint nichts zu kommen. Jetzt grabe ich mich lieber vorsichtig runter. Okay, zum Glück, wenn man sneakt, dann baut das nur eine ab. Ist wirklich noch so ein Glück. Er ist glücklich noch für mich. Okay, hier ist ein Dungeon-Brick. Dungeon-Moon-Brick. Oh, shit. Shit. So. Ich werde sogar hier einfach mal runtergehen. Ja, das ist noch auf. Shit. Ja, da ist schon mal ein Spawner. Na. Den werde ich versuchen, irgendwie noch abzuleuchten. Beziehungsweise dann auch abzubauen. Denn dank... Äh, wie heißt das? Äh. Ender-AO-Mod. Kann man die ja dann immer wieder platzieren. So, es reicht auch, wenn man die eigentlich nur da drüber setzt. Damit hat nichts mehr spawnt. Ich denke mal, ich habe hier sogar schon alles, oder? Monster. Creeper. Och, das ist sogar Creeper-Spawner. Uiuiui. Das ist ein Skeleton. Also ein Skelettspawner. So. Schön für das Thumbnail. Ja, normale Torch bringe ich hier nichts. Und da haben wir... Wow. Erschreck mich nicht so. Boah. Warum? Pff. Fünf. Pff. 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 Die wollen mich doch verarschen. Zehn. Fucking. Ender-Lily-Seeds. Holy Crap. Alter Schwede. Das ist eine Hausnummer. Jetzt mal ohne Witz. Oh, Zombie. Nice. Holy Shit. Da hat es sich ja mal richtig gelohnt, nochmal hier aufzubrechen. Das war jetzt Skeletten. Also wieder ein Skelettspanner. Kann man nicht aus diesem Bricksing was machen. Nein, nicht das. Hier. Nö. Nicht wirklich. So, einmal hier. Einmal hier. Hier. So, hier ist nochmal eine Kiste. Okay. Oh. Zwei Ender-Pirals. Disc. Ein Horse Armor. Keine Ahnung, wofür ich den bräuchte. Aber, naja. Und ich habe vergessen, ein Backpack mitzunehmen. Naja, egal. So, einmal hier ausleuchten. Damit gern bloß nichts. Aua. Ist das jetzt ein Spider? Die gehen jetzt schon. Wow. Okay. Du, lass meine schönen Slimiesten Ruhe. Musik ist aus. Ah, ich muss meinen Playlist ein bisschen überarbeiten. Okay. So, perfekt. Ach, sogar Redstone. So, Spider. Das ist ein Skeleton in Spawner. Schon mal mitnehmen. Eventuell mache ich sogar ein bisschen längere Folge. Bin mal ganz ehrlich, wie oft mache ich bitteschön solche... Fahrten, Klassenfahrten. So gut wie gar nicht. Deswegen einfach mal vielleicht zum... Keine Ahnung. 10 Minuten ein bisschen länger machen. Ach, lasse ich die einfach mal hier. Wir gehen langsam die Torches aus. Shit. So, für die beiden wird das noch nicht reichen. Okay, ich mache das vielleicht doch ein bisschen anders. Habe ich jetzt nicht aufgesammelt. Null. Sorry, wenn das jetzt so ein bisschen länger dauert, da ich immer hier hin- und herlaufen muss. Okay, Leute. Nochmal aufrüsten. Wow. Okay. Nimm das. Nimm das. Nimm das. Voll Steine. Aua. Warst du wirklich drauf? Hat der nichts irgendwie? Oh shit. Ich habe meinen Slam angegriffen. Junge. Aber der lacht so schäbig. Und tot ist er. Oh. Oh, ein Key. Nice. Habe ich den jetzt? Tier 1, Dungeon Key. Nice. Ups. Not bad. Holy shit. Alter. Average. Irgend so ein Crystal. Alter. Ach so. Ach so. Schon wieder an der Lily Seeds. Alter. Geht das kann weg? Das kann weg. Verlass. Resistant Block. Strings, ja. Weil die Torch kann auch weg. Buggy. Habe ich eigentlich schon. Gut. Leute, das war schon Dungeon. So, dann würde ich doch einfach mal sagen, ab geht's zurück. Zur Oberfläche und dann zurück nach Hause. Apropos, Moment. Muss noch eine. So, hier. Weil ich habe die Koordinaten nochmal von meiner Base aufgeschrieben. Weil ich wieder so blöd war. Und nix aufgeschrieben habe. Und so ein bisschen voll gerannt bin. Aber, nojo. Jetzt nochmal mit Vollsprint nach Hause. So, war hier noch was? Nein. Dann weiter durch. Ja gut, ich könnte noch die Spawner dann nehmen. Aber, pff, nee. Brauche ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Okay, rein. Ja, den... Dungeon kann ich jetzt eigentlich... streichen. Da ich den ja schon... gelootet habe. Beziehungsweise... den ja gar nicht mehr brauche. Weil ja sowieso hier nichts mehr gibt. Hopp. Hopp. Komm mal. Ach, die stecken nicht hier fest. Aber ganz ehrlich, ich hätte es so viel schlimmer vorgestellt. Oh, danke Skelett. Oh, nee. Oh, nee. So. Ich muss voller Karacho weg. So, da muss ich... schon mal diese Richtung gehen. Äh, x... ist... minus 24. Y... Moment. Nee. Z wäre das. Ist 204. Also... Ja, so ungefähr. Gut, Leute. Das war eigentlich relativ geil. Auch wenn mir das doch ein bisschen armselig vorkommt. Muss man jetzt wirklich mal zugeben. Das war doch irgendwie armselig. Weil der hat uns kein Leben abgezogen. Das könnte aber auch sein, weil das... Weil wir komplett Dier sind. Äh, dass wir hier kein Leben verloren haben. Aber sonst... Ich hätte es ehrlich gesagt viel, viel schlimmer vorgestellt. Ja, der ist doch ein bisschen creepy, der Boss. Oh, warte mal. Warte mal, bin ich jetzt weit? Nein. Müssen jetzt... straight da lang gehen. Das passt sogar noch perfekt in meine Folge rein. Alter, geil. So... Da ist das. Nice. Also ganz ehrlich, dank dieser Folge ist meine Laune doch ein bisschen wieder hochgegangen. Also im Vergleich zu der letzten Folge, wo alles einfach nur noch schiefgegangen ist, ist diese Folge einfach geil geworden. Muss man jetzt einfach mal wirklich so sagen. Also jetzt persönlich aus meiner Sicht. Na, gib mit rein, danke. Ich will jetzt nochmal ein bisschen Hunger holen. Der Sid. Und jetzt... Ach komm, hier bleibt mal ein bisschen draußen. Sid. Shit. 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 So, Sid und Sid. Perfekt. Und wir gehen zurück. So, dann nur noch kurz die Sachen weg sortieren. Einfach mal. So. 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 Und der Lily Seed. So. 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 steck ich mal hier. So. 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 Danke, dass ihr hier zugeschaltet habt. Hoffe, es hat euch hier so gefallen mit diesem kurzen Ausflug hier. Was eigentlich hätte schon längst früher kommen sollen. Aber ich war so tief mit Technik, mit allen hier beschäftigt, damit das hier komplett alles hundertprozentig läuft. Und jetzt wird ein bisschen öfters mit den Dungeons kommen. Außerdem kann ich das hier eigentlich erweitern, aber ich glaube, ich brauche das ehrlich gesagt nicht. Denn so viele Enderpeats, ich bezweifle doch, dass sich das alles loswerden kann. Ansonsten Leute, hoffe es hat euch gefallen. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Part einschalten würdet. Hier bei Minecraft Galactic Science. Also Leute, haut rein und ciao.